Was ist eigentlich besser? Google Ads intern oder extern betreuen lassen? Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Master of Search. Ja, bei dieser neuen Folge wollen wir uns einmal die Gedanken darüber kreisen lassen, ist es eigentlich sinnvoll, das Thema Google Ads und Analytics intern im eigenen Unternehmen betreuen zu lassen oder eben externe Hilfe zu suchen. Ja, und das ist eben eine Frage, die wie so viele eben nicht mit Ja oder Nein, beziehungsweise das eine ist besser, das andere ist schlechter, beantwortet werden kann, sondern das hängt halt davon ab, das hängt von relativ vielen Dingen ab. Beides hat Vor- und Nachteile, so wie es eben überall ist. Und wir möchten euch da aber so ein bisschen eine Entscheidungshilfe geben. Und natürlich gibt es Dinge, die sprechen dafür, das intern zu betreuen. Und das sind eben auch durchaus relativ viele und aus unserer Sicht gewichtige Dinge. Ihr habt zum Beispiel einen viel kürzeren Abstimmungsweg, ihr könnt das Wissen intern aufbauen, ihr habt einfach viel kürzere Wege, es geht viel schneller, ihr steckt viel tiefer im Geschäftsmodell drin. Ja, aber es gibt natürlich auch ein paar Sachen, die gegen eine interne Betreuung sprechen. Was ist zum Beispiel, wenn das Wissen intern noch gar nicht vorhanden ist? Oder wenn eine Person bei dir das ganze Thema aufbaut und in drei Monaten entscheidet, die Firma zu verlassen und nimmt im Prinzip dieses gesamte Wissen mit. Das ist natürlich dann durchaus auch eine gewisse Gefahr. Ja, und für eine Agentur sprechen auch durchaus sowohl Vorteile als auch gibt es dann natürlich Nachteile. Ja, Vorteile können sein, man kann viel schneller auf gute Kampagnen kommen. Wenn man also sich entscheidet für eine gute Agentur, dann kann ich innerhalb von wenigen Tagen einfach Kampagnen haben, die gut aufgebaut sind, gut funktionieren. Ich kann, und das wissen wir von vielen von euch, ich kann aber natürlich auch total reinfallen und mich für einen Dienstleister entscheiden, der wenig arbeitet, wo ich ständig wechselnde Ansprechpartner habe, wo ich das Gefühl habe, die wissen weniger als ich. Ja, ich einfach sehr viel Geld dafür bezahle, dass kaum Ergebnisse bei rumkommen. Es fehlt der Wissenstransfer, also so viele Themen, die man auch da wieder mit ausführen kann. Ja, und das ist jetzt so in diesem Podcast natürlich so relativ schnell erzählt und relativ schnell auch so aufgezählt. Und das ist genau der Grund, warum ich dich mit dieser Folge auch einladen möchte. Wir haben am kommenden Freitag, nämlich den 19. Mai, um 11 Uhr ein Webinar genau zu diesem Thema. Ja, die Frage kommt nämlich gerade relativ häufig. Und genau deshalb haben wir uns entschieden, dass wir einfach dazu mal ein Webinar machen. Ja, und in diesem Webinar gucken wir uns eben schwerpunktmäßig an, ob die Betreuung von Ads und Analytics in-house oder durch eine externe Agentur besser ist. Genau, und dabei zeigen wir dir, welche Möglichkeiten gibt es, wie viel Aufwand steckt hinter der eigenen Betreuung, worauf muss man achten, wenn ich bei einer guten Agentur entsprechend starte und das übergebe. Ja, welche Vor- und Nachteile gibt es eben auch natürlich weiter ausgeführt, als ich das jetzt in der Podcast-Folge so machen kann. Und das ja auch nochmal von jedem Geschäftsmodell und auch von jedem Thema nochmal ein bisschen abhängig ist. Oder auch Budgetgröße, wie viele Länder, bist du international tätig, bist du nur regional tätig. Das sind ja alles Sachen, die man auch damit einfließen lassen muss. Und da kann ich nicht so eine grundlegende Schablone über alles legen, sondern da müssen wir ein bisschen mehr in den Austausch gehen. Und auch dich ein bisschen zu sensibilisieren und dir mal zu zeigen, was kostet dich denn entsprechend, welche Lösung an Geld oder was solltest du dafür einplanen. Ja, und dann zeige ich dir eben auch noch gepaart mit diesem Thema intern und externe Betreuung, zeige ich dir in dem Webinar auch noch, wie erfolgreiche Google Ads Kampagnen im Jahr 2023 und auch im nächsten Jahr und auch in den folgenden Jahren, weil der Trend, der ist eindeutig erkennbar. Was ist wichtig für die und wie funktionieren die Kampagnen eigentlich am besten? Ja, jetzt haben wir ja auch gerade das ganze Thema Google Analytics Umstellung. Kamen jetzt die letzten Tage auch wieder viele E-Mails an Kunden, dass man doch bitte jetzt wirklich daran denken soll, das umzustellen, weil man sonst ab dem 1.7. keinerlei Daten mehr hat. Ja, und das sind auch so Themen, wo ich dann eben darauf eingehe. Ja, was sind momentan die Best Practices, also was sind momentan die besten Strategien, die besten Vorgehensweisen? Und natürlich zählt zum Suchmaschinenmarketing auch das Thema SEO, also Suchmaschinenoptimierung. Auch da gehen wir im Webinar drauf ein. Ja, das Ganze wird so zwischen 90 Minuten und 120 Minuten dauern ungefähr. Das hängt immer auch davon ab, wie viel von euch dabei sind, wie viele Fragen da auch noch im Chat kommen. Ja, aber ich versuche es eben so auf die Mittagszeit, also dass man auch so gegen 13 Uhr seine Mittagspause machen kann, ganz regulär und aber jede Menge Informationen bekommen hat bis dahin. So versuche ich das eben zu timen. Sollten wir länger brauchen, weil es eben so viele spannende Fragen von euch gibt, dann habe ich auch hinten raus noch Zeit, ja, können auch da noch dann weitermachen. Und ja, das sind die Themen, die eben da einfach genutzt werden. Ja, und was ich da auch noch mit anbiete, ich werde noch auch so eine Art Checkliste machen, worauf du einfach achten sollst, wenn du dich eben für einen Dienstleister entscheidest. Das soll dir eine Entscheidungshilfe geben für oder gegen interne Betreuung, für oder gegen externe Betreuung. Einfach, dass du das dann nochmal schwarz auf weiß hast als PDF zum Ausdrucken, zum digital anschauen, zum Weitergeben. Ja, dass du einfach da nochmal irgendwie eine Unterlage hast, wo du da eben nochmal mit durchgehen kannst. Ja, wenn das für dich perfekt klingt, dann melde dich jetzt direkt an und sichere dir deinen kostenlosen Platz. Also das ist komplett natürlich kostenfrei. Und natürlich werde ich auch den Master of Search in diesem Zuge nochmal vorstellen, weil das natürlich eine Möglichkeit der Lösung ist. Natürlich bieten wir auch die Agenturlösung an, aber wir wollen eben das beste Produkt, die beste Lösung halt für jeden von euch finden und dann eben auch entsprechend mit euch wirklich durchgehen. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und das machen wir in diesem Webinar. Wenn du dich dazu anmelden möchtest, dann klick einfach auf den Link hier unten in den Notizen zu dieser Folge oder du gehst auf masterofsearch.de slash Webinar minus Anmeldung. Ja, und dann kannst du dich dazu einfach sehr gerne anmelden. Auch oben unter So profitierst du gibt es einen eigenen Link dazu. Auch da kannst du gerne einfach auf die Master of Search Seite gehen. Kannst auch bei Google Master of Search eingeben, kommst auf unsere Webseite und dann findest du auch da dich auf jeden Fall sehr schnell zu der Möglichkeit, dich zum Webinar anzumelden. Ja, insofern freue ich mich auf dich, dass wir dort möglichst viele sind und dass wir möglichst guten Austausch haben und sehen uns dann am 19.05. um 11 Uhr digital zum Thema interne oder externe Betreuung von Google Ads. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschau.